E-Bike Tuning. Gehst du das Risiko ein? Mit E-Bike Tuning mehr aus deinem Bike herausholen. Klingt verlockend, ist aber riskant und wirklich keine gute Idee. In diesem Video erfährst du, welche Tuning-Methoden es für E-Bikes gibt und warum ich dir keine davon empfehle. Wusstest du, dass E-Bike Tuning in Frankreich mit bis zu einem Jahr Gefängnis und 30.000 Euro Geldstrafe bestraft wird? Auch in Österreich oder Deutschland kann es drastische Folgen haben. In diesem Video erfährst du, wie das E-Bike Tuning funktioniert und warum ich dir dringend davon abrate. Pau Unity ist Experte in Sachen E-Bike Sicherheit. Ich bin Matthias von Pau Unity und in dieser Folge gehen wir zusammen das heikle Thema E-Bike Tuning durch. Wenn dich das interessiert, dann bist du auf dem richtigen Kanal gelandet. Abonniere Pau Unity hier und werde Teil unserer Powerful Community. Bevor wir uns mit Tuning genauer auseinandersetzen, lass uns aber auf eine grundlegende Frage eingehen. Wie du wahrscheinlich weißt, dürfen Motoren von E-Bikes in Österreich und Deutschland nur bis zu einer Geschwindigkeit von 25 kmh aktiv sein. Aber wie funktioniert die Geschwindigkeitssperre beim E-Bike überhaupt? Nun, ganz einfach. E-Bike Antriebe messen die Geschwindigkeit, mit der du fährst und schalten automatisch ab, sobald das Maximum erreicht ist. Wie das Messen abläuft, hängt hierbei vom Antrieb ab. Wenn du ein E-Bike mit Mittelmotor hast, misst ein Sensor die Geschwindigkeit mit Hilfe eines Magneten. Diese Methode ist ein Einfallstor für Tuning. Nabenmotoren brauchen keinen Sensor. Hier erfasst der Motor die Geschwindigkeit direkt. Das erschwert ein Tuning oder macht es sogar unmöglich. Um die Geschwindigkeitsbegrenzung zu umgehen, hast du je nach Rad und Antrieb also verschiedene Möglichkeiten. Verbreitet sind Tuning-Module, bei denen du einen Chip auf den Geschwindigkeitssensor deines E-Bikes aufsteckst. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit sorgt das Modul dafür, dass der Sensor nur noch die Hälfte oder ein Drittel der tatsächlichen Geschwindigkeit an die Motorsteuerung weiterleitet. Ein Nebeneffekt dieser Methode ist allerdings, dass Werte, die dein Fahrradcomputer anzeigt, nicht mehr stimmen. Wenn du dein E-Bike allerdings ohne Chip wieder fahren willst, kannst du ihn einfach entfernen. Das klappt mit fest verbauten Tuning-Lösungen bzw. Tuning-Kits weniger gut. Zu dieser Gruppe gehören die sogenannten Dongles, die ähnlich funktionieren wie aufsteckbare Chips. Fest montierte Lösungen sind in der Regel unsichtbar. Viele von ihnen verfälschen auch die angezeigten Werte deines Fahrradcomputers nicht. Allgemein gilt für die meisten Chips oder Module, dass sie die Programmierung des E-Bike-Antriebs nicht verhindern. Stattdessen gaukeln sie der Motorsteuerung ganz einfach eine langsamere Geschwindigkeit vor. Dadurch unterstützt sich der Motor länger, als er eigentlich dürfte. Mit manchen Tuning-Kits kannst du allerdings auch Geschwindigkeitsbegrenzungen höher setzen oder sogar komplett aufheben. Theoretisch kannst du damit noch schneller fahren, als mit einer Aufstecklösung. Dafür ist der Eingriff aber tiefer und lässt sich oft nur schwer wieder rückgängig machen. Tuning-Apps funktionieren in der Regel nur in Kombination mit einem Tuning-Modul. So kannst du das Tuning mit dem Smartphone steuern und zentrale Werte einsehen. Eine Ausnahme sind Apps, mit denen du beispielsweise die Region auf die USA umstellen kannst. Dann hast du mehr Luft nach oben, denn in den USA dürfen Motoren von E-Bikes bis zu einer Geschwindigkeit von 32 kmh unterstützen. Du siehst, es gibt unterschiedliche Arten von Tuning. Ich rate dir allerdings von allen ab. Nicht, weil ich ein Spielverderber sein will, sondern weil es einige handfeste Gründe dafür gibt, von E-Bike-Tuning die Finger zu lassen. Einer davon sind die technischen Risiken. E-Bike-Herstellern und Herstellern von E-Bike-Motoren ist E-Bike-Tuning ein Dorn im Auge. Denn mit Tuning steigt das Risiko, dass die gesetzlichen Regulierungen für E-Bikes verschärft werden. Und das könnte sich auf die Nachfrage auswirken. Außerdem müssen sich Unternehmen wegen Tuning oft mit zweifelhaften Garantieansprüchen herumschlagen. Deshalb reagieren Hersteller, indem sie zum Beispiel Antriebe entwickeln, die Signale des Geschwindigkeitssensors mit anderen Messwerten vergleichen. Bei auffälligen Abweichungen reagiert der Motor mit einem Fehlercode und drosselt die Unterstützung. Davon abgesehen sind normale E-Bikes nicht für ständige Geschwindigkeiten von 30, 40 oder sogar noch mehr kmh geeignet. Sogar bei hochwertigen E-Bikes führt Tuning zu einem höheren Verschleiß von Komponenten wie Antrieb, Schaltung oder Bremsen. Billigere Modelle gehen sogar noch schneller in die Knie. Ein Garantieanspruch hilft dann auch nicht mehr. Denn egal für welches E-Bike und welchen Antrieb du dich entscheidest, durch Tuning entfallen sämtliche Garantieansprüche. Mach dir auch keine großen Hoffnungen, dass niemand etwas merkt. Denn im Antrieb deines E-Bikes werden viele Daten gespeichert, aus denen sich herauslesen lässt, wenn die Geschwindigkeit oder die Begrenzung von 25 kmh überschritten wurde. Das Unfallrisiko steigt durch Tuning ebenfalls. Und wenn es zu einem Unfall mit hoher Geschwindigkeit kommt, sind die Folgen meist schlimm. Das gleiche gilt für die rechtlichen Konsequenzen. Führe dir dazu einmal Folgendes vor Augen. Die Höchstgeschwindigkeit von 25 kmh ist eine Bedingung dafür, dass du als E-Bike-Fahrer weder Kennzeichen noch eine eigene Versicherung oder einen Führerschein brauchst. Bei einem getunten E-Bike sieht die Sache aber komplett anders aus. Es wird automatisch zum Kleinkraftrad. Das heißt, fährst du mit einem getunten E-Bike, bist du mit einem Fahrzeug unterwegs, das eine Zulassung und eine Versicherung bräuchte, beides aber nicht hat. Die Konsequenzen unterschätzen viele E-Bike-Fahrer. Das fängt damit an, dass du bei einer Kontrolle hohe Geldstrafen riskierst. Unfallschäden zahlt dir auch keine Versicherung. Brauchst du eine ärztliche Behandlung, musst du die Kosten je nach Krankenkasse in Teilen oder sogar komplett selbst bezahlen. Überhaupt haftest du bei Unfällen mit deinem Privatvermögen. Verletzt du Personen, droht dir sogar der Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung und damit im schlimmsten Fall eine Haftstrafe. Du siehst, der Gesetzgeber behandelt E-Bike-Tuning nicht als Kavaliersdelikt. Und auch hier möchten wir dir alle Illusionen nehmen. Die Chancen, dass niemand etwas von Tuning merkt, gehen gegen Null. Spätestens bei Unfällen kommen Eingriffe in der Regel ans Licht. Ach ja, auf deinem eigenen Innenhof darfst du natürlich problemlos ein getuntes E-Bike fahren. Ob das für dich Grund genug ist, ein Tuning-Tool einzusetzen, ist allerdings eine andere Frage. Gibt es also keine Möglichkeit, mit einem E-Bike legal schneller als 25 kmh zu fahren? Doch, die gibt es. Du kannst dir ein Speed-Pedelec oder S-Pedelec anschaffen. Diese E-Bikes haben einen Antrieb, der sie legal bis maximal 45 kmh unterstützt. Allerdings braucht dein S-Pedelec ein Kennzeichen und eine Versicherung. Auch ein Helm ist Pflicht. Fahrradwege sind für S-Pedelecs tabu. Außerdem kannst du dein E-Bike natürlich bedenkenlos optisch tunen. Solange sich nicht die Funktionsweise deines E-Bikes ändert. Abschließend lässt sich festhalten, E-Bike-Tuning ist verführerisch. Mit ein paar Handgriffen die Leistung anheben und bei der nächsten Tour in Hochgeschwindigkeit unterwegs sein. Das klingt doch nach einem Riesenspaß. Doch der Spaß ist das Risiko einfach nicht wert. Denn mit E-Bike-Tuning riskierst du Schäden an Hardware und Technik deines E-Bikes. Folgenschwere Unfälle und hohe Strafen bis hin zu einer Gefängnisstrafe. Wir raten dir deshalb dringend, verzichte auf alle Tuning-Maßnahmen, bei denen es nicht nur um optische Verschönerungen geht. Erfreue dich lieber an den vielen Möglichkeiten, die ein normales E-Bike sowieso mitbringt. Wenn dir 25 kmh auf Dauer zu langsam sind, bietet sich ein S-Pedelec an. Damit kannst du legal und sicher schnell fahren. Von mir war's das zum Thema Tuning. Du willst noch mehr Tipps rund um E-Bike-Sicherheit und GPS-Technik erhalten? Dann schau auf unserer Themenseite PowerUnity erklärt vorbei. Hier bekommst du jede Woche das Wissen, das du brauchst, um dein E-Bike vor Diebstahl zu schützen. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Du informierst dich lieber auf YouTube? Dann abonnier mit einem Klick auf diesen Button unseren Kanal und schau dir alle PowerUnity erklärt Artikel ganz einfach als Video an. Und dann abonnier mit einem Klick auf den Kanal und schau dir alle PowerUnity.